Hallo und herzlich willkommen zu unserem Test von Wrecked Revenge Revisited. Das Indie-Spiel kostet knapp 12 Euro und dazu gibt es sogar noch schon jetzt einen DLC, 12 Euro auf PS3-Marktplatz Network und 120 Microsoft Points auf Xbox Live Arcade. Ende März rausgekommen, wir haben euch ja schon First Looks davon gezeigt. Nun also unser Test. Wrecked Revenge Revisited hat genau zwei Modi, einen Online- und einen Offline-Modi. Im Offline-Modus gibt es einen Koop bzw. einen Multiplayer eben auf einer Konsole gegen andere Personen. Insgesamt vier Leute können gleichzeitig spielen, natürlich. Auf der Konsole zugelassen sind ja auch nur vier Controller. Es gibt einen Offline-Offline-Modus für eine Person natürlich mit insgesamt 24 Herausforderungen auf sechs unterschiedlichen Strecken. Diese sechs Strecken sind dann auch im Multiplayer wie im Online-Multiplayer verfügbar. Diese Herausforderungen wiederholen sich teilweise, aber eigentlich nicht immer. Es gibt fünf verschiedene, falsch, es gibt vier verschiedene Gattungen nur. Vier mal sechs ist 24, wie gesagt sechs Strecken. Jede Herausforderungsart hat eben einmal auf jeder Strecke eine Herausforderung. Es gibt sowas wie Schnelligkeitsherausforderungen, dass man in einer bestimmten Zeit das Rennen abschließen muss. Waffenherausforderungen, dass man Gegner abschießen muss oder auch Minen legen muss in einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort. Ganz normale Rennenherausforderungen. Solche, solche Art an Rennen gibt es. Das Ganze ist spaßig. Wir haben also eine quasi obendraufsicht mit so kleinen Autos, die so ein bisschen an RC Autos, ferngesteuerte Autos zu erinnern. Ich will jetzt nicht Revolt sagen, es wäre ein bisschen übertrieben gut dargestellt, aber so fühlt es sich an. Es fühlt sich an wie so ein Racer von Radio Controlled Cars. Das einzige, was wirklich einen zieht, ist eben der Herausforderung Gold zu schaffen, weil das ist nicht unbedingt einfach gegeben durch die Steuerung, aber auch durch die Schwierigkeit der Gegner. Es ist ein recht ordentlicher Schwierigkeitsgrad, aber wenn man einmal in der Steuerung drin ist, sollte man ohne Probleme Silber und Bronze schaffen, Gold mit ein bisschen Übung, aber auch da, je nachdem welche Herausforderung man hat, ist es einfacher oder schwierigere. Es gibt also Herausforderungen, wo man zum Beispiel einen Wohnwagen hinter sich herzieht und deswegen dann völlig anders beschleunigen muss. Dann gibt es eine Herausforderung, wo man Minen in bestimmte Felder legen muss, wenn man sie nicht reinlegt. Man hat nur zwei Runden Zeit und wenn man sie nicht reinlegt, dann muss man zurückfahren. Das ist natürlich unterschiedlich. Ich bin zum Beispiel im Wohnwagenrennen besser, was mich erschreckt, als beim Minenlegen. So ist das nun mal. Und dann gibt es dann auch sowas, wie dass man mit einem Laser oder mit Gewehren Gegner abschießen muss innerhalb von zwei Runden. Das ist auch eine Waffenherausforderung. Das macht Spaß, das ist wirklich spaßig, teilweise aber sehr fordernd auch. Die Offline-Spielzeit für eben genau diesen Einzelspielermodus hängt eigentlich an euch ab. Wenn ihr in jeder Disziplin Gold holen wollt, dann seid ihr schon einige Stunden beschäftigt und habt auch Spielspaß. Ja, eben dieses Verlangen nach mehr. Man kann es fast mit Trials HD vergleichen, wer das kennt. Eben dieses, man will jetzt noch eine schnellere Zeit schaffen, man will noch weniger oft hinfallen, neu anfangen müssen. So ähnlich ist es hier auch, nur in ein bisschen abgeschwächterer Form. Trials ist auf einer völlig anderen Ebene als Racked. Aber genau dieses, ach, ich habe es wieder nicht geschafft, ich wurde jetzt wieder zerstört, ich habe es nur Bronze wieder geschafft, ich will es nochmal schaffen, ich will Gold schaffen. Wenn ihr dieses Kampfmäßige Gefühl in euch habt, dann habt ihr auf jeden Fall einige Stunden Spielspaß. Wenn ihr eher so la-di-da mal durchspielt, überall Bronze sammelt, so wie ich eigentlich meistens, dann habt ihr trotzdem immer noch 1, 1,5, 2, vielleicht auch 3 Stunden Spielspaß. Je nachdem, wie oft ihr neu anfangen müsst, kann ja auch sein, dass ihr ganz oft in Abgräben fährt oder gar nicht Bronze bekommt. Das passiert auch ganz schnell. Das einzige, wir kommen gleich zum Multiplayer-Modus, was am gesamten Spiel ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, ist die Steuerung. Die Steuerung ist sehr, sehr direkt, wir steuern also ganz normal mit dem linken Analog-Stick und mit dem rechten Analog-Stick können wir auch nochmal so einen Seitendrift einleiten. Das geben wir erstmal mit RT. Die Steuerung ist sehr, sehr, sehr direkt. Also was wir eingeben, wird direkt umgesetzt. Das ist nicht unbedingt das Allerbeste. Man muss sich daran gewöhnen, ich habe das im First Looks gesagt, eben dieses Einspielen in das Spiel ist hier der Fall, auf jeden Fall. Allerdings ist es so, dass man wirklich den Stick nur ein ganz bisschen bewegen muss und das reicht schon. Ein bisschen zu viel schon und man hat schon übersteuert. Das ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig und manchmal sogar ein wenig zu, je nach zwei, drei Spielstunden noch, noch ein bisschen zu, einfach krass die Steuerung, zu direkt meiner Meinung nach. Das ist Geschmackssache, was aber denke ich keine Geschmackssache ist, ist die Kamera. Die tut meistens einen guten Job, allerdings bleibt sie nicht auf einer Entfernung, sondern zoomt mal ran, sucht mal raus, ändert mal wo sie hinguckt von der Drehung her, mal guckt sie fast ganz runter, mal guckt sie sehr weit nach vorne. Das ist ein stilistisches Mittel, zum Beispiel wenn wir durch ein Checkpoint fahren, wo wir einen kleinen Turbo-Bonus bekommen, dann geht sie hinter uns, sodass es nochmal schneller aussieht. Aber das ist unglaublich nervend. Also wenn ihr gerade vor allem Herausforderungen fahrt eben, wie ihr habt eine Mine auf dem Kopf und dürft nirgendwo anstoßen, wenn ihr nur ein ganz kleines bisschen nirgendwo anstoßt, macht es Boom und ihr fliegt in die Luft. Wenn da die Kamera auf einmal sich ändert, wo es sogar noch schnell wird, das fügt zum Schwierigkeitsgrad hinzu und nicht unbedingt zum Spielkomfort. Das stört, das ist hinderlich. Es gibt ganz häufig so Stellen, wo die Kamera sich auf einmal dreht und man sagt so, jetzt muss ich mich gerade wieder fangen. Wenn wir Glück haben, ist es nicht immer. Es ist so eine Sache, die manchmal auftaucht, nicht immer, aber manchmal. Und wenn sie dann auftaucht, dann bei 80, 90 Prozent eben negativ einwirkt und einen auch das Rennen kosten kann. Ja, wir kommen jetzt zuerst zum Multiplay-Modus auf einer Konsole, nicht zu beiden. Also es gibt einen Online-Modus. Der Multiplay-Modus auf einer Konsole, ich konnte hier leider nicht so viel spielen, weil ich momentan eher alleine hier bin und keiner wirklich mit mir Zeit hatte zu spielen. Das ist ein bisschen schade, weil das ist so ein Mix aus, also wir haben alle sechs Strecken wieder und dieser ganze Modus, je nachdem welchen wir auswählen, wir können auch unterschiedlich Faktoren einstellen, ist es so ein Mischmaß aus allen Herausforderungsleveln. Und das macht Spaß. Eindeutig ist gezeigt, dass der Schwerpunkt bei diesem Spiel auf dem Multiplayer und auf dem Online-Modus liegen soll, weil es eben ein Fun-A-Card-Racer ist. Vielleicht liefern wir auch ein Multiplayer-Video nach, ich muss mal schauen, je nachdem, ob unser Kameramann sich mal wieder blicken lässt oder nicht. Das macht Spaß, wie gesagt, ich kann noch nicht so viel dazu sagen, das ist ein bisschen doof eigentlich jetzt bei einem Test, aber von dem, was ich gespielt habe mit zwei Kontrollern in zwei Händen, was ziemlich schwer ist, hat es Spaß gemacht sogar alleine zu spielen und das sollte doch einiges heißen. Der Online-Modus, den kann man alleine spielen, aber aus irgendeinem Grund spielt den gar keiner. Also jedes Mal, wenn ich ein Spiel gesucht habe, ist keines zustande gekommen, konnte keines gefunden werden. Wenn ich eins eröffnet habe, hat es zwei, drei Stunden, kommt niemand rein. Entweder hat niemand dieses Spiel für Xbox 360 oder es liegt am Online-Netzcode, es liegt daran, dass ich kein DLC runtergeladen habe. Es ist auf jeden Fall extrem schade, weil der Online-Modus eben auch genau die Level hat, wie im Offline-Multiplayer-Modus. Ich hätte es gerne gespielt, aber man kann es nicht spielen, wenn kein Mitspieler da ist. Bevor wir zum Fazit kommen, also der Hinweis, wenn ihr Wrecked Revenge Revisited schon habt für die Xbox 360 und gerne online spielen wollt und auch keine Spiele findet oder mir einfach nur sagen wollt, wie dumm ich bin, dass ich keine Spiele finde, schreibt mir eine Nachricht, schreibt mir eine E-Mail und dann können wir ausmachen. Gerne, ich spiele sehr, sehr gerne online, das wisst ihr. Sehr, sehr gerne mit jedem, der fragt online. Von daher, vielleicht gibt es sicher was. Ja, zum Fazit, wie der wunderschöne Trainer ja schon sagt, Wrecked ist, ja, ich würde es beschreiben als nettes kleines Independent-Spiel. Es ist extrem schade, dass niemand online spielt und für 12 Euro, 1200 Microsoft Points, ist der Offline-Modus, vorausgesetzt ihr habt Freunde, die wir spielen können, spaßig. Auf jeden Fall, das ist ein Spiel, was man mal anmacht, wenn der Freund, die Freundin oder was auch immer da ist, Freunde da sind, man einfach mal reinschmeißt, beziehungsweise die App der Konsole, die er schon hat, ist ja keine CD, ist ja downloadbar und einfach mal Spaß hat für ein paar Stunden, vielleicht auch, ja, Multiplay-Videos aufnimmt, mal gucken, ob es das ergibt, wie gesagt. Es gibt ein DLC dazu, 400 Microsoft Points, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel es kostet auf PS Network. Das erscheint mir ein bisschen viel, aber gut, wer das Spiel mag und spielt, der wird sich dann überlegen, ein DLC zu kaufen für 400 Points. An sich ist es ein nettes Spiel, wenn ihr ganz alleine seid und sagt, ich habe keine Freunde, ich habe keine Kameramänner, die mit mir zusammen Videos machen, dann habt ihr 24 Herausforderungslevel, wo ihr drei Megalien jeweils bekommen könnt, was durchaus fordernd ist für einige Stunden, je nachdem, wie gut ihr seid, vielleicht auch Tage im negativen Sinne für euch. Da spricht jemand aus Erfahrung. Ich würde eigentlich eine Kaufempfehlung geben, aber dadurch, dass der Online-Part jetzt nicht funktioniert, beziehungsweise niemand spielt, ist es sehr schwer zu sagen, weil es ist ein nettes Spiel, es gibt Steuerung, sehr sensible Steuerung, eine etwas nervende Kamera ab und an, das sind die einzigen Negativpunkte. Wenn ihr das Geld habt, 12 Euro und sagt, ja, ich habe 1200 Microsoft Points in und rumliegen vom letzten Modern Warfare DLC oder was auch immer und ihr braucht ein lustiges, kurzweiliges Rennspiel, Arcade-Racer-Spiel, was so ein bisschen an RC-Racing erinnert, dann ja, kann man sich kaufen. Also es ist nichts, was man bereut, aber die Kaufempfehlung ist auch gedämpft eben durch die drei Aspekte, die jetzt leider negativ einwirken, wovon einer unabsichtlicherweise negativ einwirkt, obwohl eigentlich positiv sein sollte. Das ist ärgerlich, aber da kann man wohl nichts ändern. Also ganz, ganz zusammengefasst, das Fazit ist, wenn ihr ein Spiel sucht und unsere Tests durchguckt, um ein gutes Spiel zu finden, dann können wir euch keine Kaufempfehlung geben. Einfach weil 12 Euro, da kauft man sich lieber einen Warms oder einen Trials oder was auch immer 12 Euro gerade kostet. Wenn ihr aber eh das Geld habt, 12 Euro, 1200 Microsoft Points, dann ja, es ist ein okayes Spiel, was spaßig ist für ein paar Stunden. Im Singleplayer-Modus auf jeden Fall Spaß macht, die Musik ist passend ganz cool dazu, ein paar lustige Sprüche. Kann man nichts falsch machen, aber wenn man extra dafür sparen, dann nicht. Wunderbar! Und schau doch, ich habe dir als besondere Belohnung ein paar Sonnen gestrickt. Gut gemacht! Sollen wir uns zur Feier des Tages ein paar feine Kekse gönnen? Ja, also, ich bedanke mich und ich sehe gerade, wir haben 190 YouTube-Abonnenten gerade bekommen. Vielen, vielen Dank an alle, die jetzt bisher abonniert haben, zugeguckt haben. Für alle, die jetzt nur auf YouTube sind, wir haben auch eine Webseite, vielleicht mal drauf gucken. Da kann man Kommentare schreiben, ohne sich anmelden zu müssen. Und wir haben da dann auch quasi alles schön auf einer Seite direkt übersichtlich. Facebook, Steam, Steam-Gruppe zum Beitreten. Facebook, da werden quasi die neuesten Videos angekündigt, dass die jetzt kommen, dass sie jetzt online sind, damit ihr also nichts verpasst. Steam-Gruppe, falls ihr irgendwelche Spiele habt, mit uns spielen wollt. Steam, äh, mit uns spielen wollt. Mit uns Videospiele spielen wollt, dann könnt ihr da gerne uns anschreiben. Ähm, ich bin Kaiser, ich habe noch einen Clan-Tag von meinem Defizit-Source-Clan dran. Aber ansonsten bedanke ich mich. Vielen, vielen, vielen Dank! Ihr macht hoffentlich weiter so, dann machen wir auch weiter so. Auf jeden Fall weiter so, natürlich. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Nein, 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 halt, 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 stopp! Ja, wieder was gemerkt. Ich ändere momentan so die Position meines Mikros. Schreibt bitte in die Kommentare, ähm, letztes Mal hat mir einer bei Steam geschrieben. Schreibt mir bitte in die Kommentare auf YouTube, auf der Webseite, wo auch immer. Ähm, oder eine E-Mail auch gerne. Was haltet ihr von der Position des Mikros? Ist der Sound besser eurer Meinung nach? Ähm, ich muss jetzt mal gucken im Schnitt, wie es aussieht. Ähm, denn auf jeden Fall eure Meinung. Eure Meinung ist uns sehr, sehr wichtig. Ähm, und dann sehen wir uns, hören wir uns morgen beim Wochentalk hoffentlich. Und in der nächsten Woche dann leider erst den Shugun 2 False Samurai Test. Da bin ich jetzt nicht mehr zugekommen. Tut mir leid. Und jetzt wirklich endgültig. Tschüss! 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 Tschüss!